Yo Leute, was geht Chef Troos im Start mit einem neuen Video? Heute hatten wir ein paar richtig geile Rhythme mit Marcel, Henke und Trimax, haben ein bisschen Squad gespielt und dann kamen einfach zwei krasse Spenden von Luxman in den Stream rein, insgesamt 3500 Euro. Schaut euch das Video an, schaut euch, was die Spenden sind, schaut, was Luxman dazu geschrieben hat. Viel Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Abo und Like da, ich würde mich freuen, haut rein. Oh, ich schmier hier richtig ab, ich muss bei der langen... Ja, ich muss auch hier vorne, wenn der Treff ist. Weg hier. Dann können wir dann hier. Oh, die will ich. Nein, meine Waffe. Die Impuls mit der... Brauch ich die? Ne. Oh, hier haben wir eine Armbrust von euch. Auch nicht, oder? Nein, nein. Ne, gut, dann passt das. Wir schreiben, Leute, ihr wollt Zombie vs. Sniper sehen, also ich weiß nicht, ob das so geil ist. Kann ich noch schon losgeben, zumindest. Okay, es ist passiert. Was ist passiert? Luxman hat gerade 2500 Euro donated. Was, echt? Jetzt gerade? Wer? Zweieinhalbtausend Euro hast du gerade bekommen? Ja. Ja. Was? Was? Ja gut, wie gesagt, die 2000 sind für Charity, aber ich weiß nicht, 500 habe ich gerade nicht gelesen, ob die auch für Charity sind oder für mich, ich muss gleich lesen. Warte mal. Alter, ich fasse es nicht. Lachsman der Boy. Ich mag dich auch Lachsman. Oh, und der Rest ist für mein Spendenziel. Alter Lachsman, vielen Dank. Kranker Typ, Mann. Das ist krank. Das ist sehr krank. Lachsman. Nice. Lust, wir gehen raus. Ja, man muss mal gucken, wie viel er schon... Guck mal, bei mir hat er 10.000 gespendet. Bei Chef hat er jetzt insgesamt... Auch 4, 5, so in die Richtung. Auch. Der hat ja bei ganz vielen Streamern gespendet. Das ist ja... Holy shit, Leute. Alter krank. Lachsman, vielen lieben Dank. Er hat die Überweisungskurz noch übernommen. Wie gesagt, ich werde dich auch auf jeden Fall erwähnen, wenn ich diese Spendenübernahme mache. Ich werde dich auf jeden Fall erwähnen, dass du aus Köln kommst, ein sehr geiler Typ ist. Ich bin total verwirrt. Wie gesagt, vielen Dank. Und wie gesagt, du bist gerne immer willkommen für Duos. Die Leute feiern dich. Gerne immer so Talks. Mega geil. Bin ich tatsächlich, aber egal. Vor allem, er kommt auch übel gut an in der Community. Ich habe ja mit den Duos gespielt. Hab ich gesehen. Und es haben alle übel gefeiert. Voll der geile Typ. Das habe ich geblickt. Ich? Die haben reingeschrieben, die Abo, die Abo. Ja, dann schreiben die mal rein. Aber ich glaube, viele haben auch bei Max auch normal getroffen, aber es gab auch wirklich welche, die kamen auch zu mir und sagen, was ist denn mit Max los und dir? Und ich dachte so, Bro, Alter. Ich konnte es nicht offensichtlicher machen. Dann wäre es eigentlich noch gar kein Witz mehr gewesen. Am Anfang habe ich einfach wieder Bullshit gelabert und dann, als die Bilder kamen, ich habe wirklich Max seinen Kopf einfach nur auf meinen gesetzt, hab ein bisschen retuschiert. Und das war's. Immer den gleichen. Ja, genau. Und immer den gleichen Blick und alles. Und auf einmal so, hä? Gegner? Oh. Oh, das sind einige. Oh, bei mir ist dann auch noch welche. Wir werden gesandwiched. Ich will nicht gesandwiched werden. Ja, rechts von euch. Das sind die, das sind die, das sind die, das sind die Dominik. Achso. Da ist sie. Ab ein. Sauber, sauber, sauber. Direkt hinter Baumschiff. Nächsten. Sauber. Aber er hat auf mich geschossen. Nochmal. Das alle? Wir müssen aufpassen. Kiste und Airdrop. Sie habe ich bis jetzt nur aus Airdrops bekommen. Kiste habe ich auch nie. Ja, ich habe sie bisher auch nur aus Airdrops bekommen. Auch nie aus einer Kiste. Wobei das angegeben ist, dass man sie aus Kisten bekommt. Links 210. Hatten einen Hit. Oh. Das sind vier. Jetzt haben wir mal einen richtigen Fight hier. Hat noch einer einen Hit. Oh, du gibst den gut. Das ist gut, Junge. Ich hätte noch Impulsgranaten. Einer ist down. Noch einer einen Hit. Alter Maschine. Drei Leute haben Sniper hin. Sie leben halt einfach alle. Zone Leute. Ein bisschen weiter gehen. Wir müssen weiter. Ich habe noch ein Jagdgewehr. Ich glaube die reviven den einen. Dann müssen wir ein bisschen rushen, ne? Die Zone ist jetzt bei denen. Also die sterben eh. Oh, das ist geil. Oh mein Gott. Er hittet mich einfach im Sprung. Einer ist knocked. Komm doch mal hoch. Ja, die sterben. Zwei sind knocked. Ja, sehr gut. Und ich weiß, ob die mal noch revived haben. Ne, ich habe glaube ich einem Hatter gegeben währenddessen. Aber da baut noch einer. Da baut noch einer. Ich habe noch keinen Kill bekommen. Ja, da lebt noch einer. Aber die sollten jetzt gleich down gehen. Kommen die her? Dann gehen die hoch. Einer hat einen Hit Richtung 300. Einer ist down von denen. Hier ist Gegner 255. Oh, Gegner. Mist, 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 Mist. Zilte Towersberg. Noch ein Hit. Chef, der hat noch ein Hit. Ich habe es gesehen. Oh, hier kommen ganz viele Rockets. Hier sind ganz viele Gegner. Die haben Solo AP. Einer genockt. Einer genockt. Einer genockt. Ich mache den Bound weg, Chef. Ist der da hinten dran oder was? Hier sind einige Leute. Er ist oben am Bound. Einer ist genockt von denen. Lass sie pushen, lass sie pushen. Lass sie zusammen pushen, Marcel. Ja. Oh, warte. Oh, nice. Wieder gestrickt. Gegner Richtung Westen. Es sind auch Gegner Richtung Westen. Einer in dem Haus bei Loot Lake. Der hat einen übelst krassen Hit. Der hat kein Schild mehr im Loot Lake. Marcel, links von dir, ne? Und Chef, oben auf dem Berg. Westen. Okay, weil hier vorne sind auch welche. Ja, ich weiß. Aber direkt hinter dir jetzt sind halt auch welche. Oh, ich habe kassiert von rechts. Die leben noch. Die von eben leben noch. Wieder einer. Ja, hier unten, Max. Ich sehe es. Sauber, den hast du. Wunderbar. Wunderbar. Den Loot hole ich mir. Den hole ich mir. Richtig geil, Junge. Ey, hinter uns. Die sind down. Bei der Fabrik sind down. Tilted Towers auf dem Haus. Tilted Towers auf dem Haus oder irgendwo. Ne, die sind hier auf dem Berg. Ja, ich sehe es. Oh, bin down. Kannst du dich einbauen? Warte, warte. Ich bin raus. Ich bin rausgegangen, glaube ich. Ich gehe hinten raus. Ich bin hier unten. Ich muss Gas geben, echt? Nice. Hast du das zuhiel? Ich habe so scheiß Loot. Der oben im Turm ist Noct. Der oben im Turm ist Noct. Der oben im Turm ist Noct. Wie gesagt, Loot Lake war auch noch einer drin, gell? Ja. Die pushen hier jetzt. Sie wollen im Leben den ein. Auf dem Berg. Ich muss mich kurz healen. Ich dachte, der hat mehr. Der hat gar keinen Dutzer zu null genommen. Alter, können wir mal einen richtig dicken Hype für Matze Klosi haben und ihm beglückwünschen für sein Ein-Jahres-Batch. Matze Klosi, danke für diesen krassen Support. Rush den, rush den. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ganz krass. Lass doch Richtung Zone gehen. Die müssen doch eh kommen. Lass doch Richtung Zone gehen. Die müssen doch eh kommen. Ja, die müssen doch in die Zone. Jetzt stellen wir los. Oh. Wir laufen weiter. Wir haben auch Mini-Shirt für euch gekriegt. Ich habe auch Mini-Shirt abzugeben. No. Zwei Stück gleich. Die finishen mich. Oh nein. Die bauen sich da jetzt zu dritt ein. Ja, die Zone ist bei denen, also. Achso, okay. Marcel war das praktisch clever? Ich dachte, wir waschen. Wurde auch gesagt, waschen oder nicht? Ne, die hier. Achso. Haben wir hier noch Waffen, die ich brauche? Achso, okay. Marcel war das praktisch clever? Ich sehe die weglaufen. Einer in der Zone müsste Lohr haben da vorne. Von den zwei hinteren müssen wir eine Lohr gehen haben, Leute. Einen habe ich. Einer ist knocked. Einer ist knocked. Zwei knocked. Zwei knocked im Sturm. Einer ist noch mal da nach außen gelaufen. Jo, ich gehe hier schon mal hoch auf den Berg, um den abzufangen. Nein, nein, nein. Wollen wir die looten? Ne, ne? Ne. Außerhalb der Zone. Oh, die werden auch nicht mehr revived. Oh mein Gott, wir haben noch einen großen Trank, den will ich nur kurz nehmen. Ich habe zwei kleine sonst, ne? Hier kommt ein Airdrop, wollen wir da rauf? Für dich. Gehen. Gehen. Soll der Airdrop? Der ist hier unter mir. Ab ihn. Nice. Jo, dann sind die down jetzt. Airdrop pro und sehr geil. Ich würde ein bisschen Ammo. Ich habe alles. Du hast die ganze Ammo genommen, Digga. Was brauchst du denn? Alles. Warte kurz. Und Materialien, wenn es geht. Komm mal kurz hierher. Warte. Pumpgun, Sniper. Wird auch ein bisschen Stein und... Wir teilnehmen, wenn du hast. Brauchst du noch Sniper? Äh, ja. Oh, die sind close. Scheiße, 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 Leute. Wo bist du? Oh, du bist schon wieder hoch? Ja. Das ist nicht so damn high. Wolltest du was für die Rockets nehmen, ne? Hilfe, Hilfe, Leute. Oh mein Gott. Brauchst du das? Bitte, 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 bitte. Ich bin schon auf dem Weg, aber... Oh, Leute. Einer kommt offensichtlich bei Max. Wo, wo, wo? Er hat zwei Hits mindestens bekommen. Ab ihn. Oh, rechts von uns, rechts von uns. Das ist Oh, was, 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 Hilfe! Ich bin auch down. Ich denk, da ist Staff. Juckt, ich wollt auf das Holz springen. Ich breg einfach die Klippe runter. Ich wollt einmal im Leben den Helden spielen und bin tot. Hast dus genau gesehen, Marcel? Ich spring hier einfach freier Fall rein. Ich bin da, ich wollte ihn, ich denke, er ist angefrackt, den will ich mir holen. Hast du auch Mini-Schilde, Hacky? Ja. Brauche ich nichts mal. Ich bin nicht weit weg gesprungen. Medi-Pack hast du oder Max? Bin nicht weit weg gesprungen. Medi-Pack hast du oder Max? Ich habe Medi-Pack und Mini-Schilde, alles gut. Ich habe auch Mini-Schilde noch hier unten. Ich konnte es nur nicht fassen. Wir müssten theoretisch in den Loot-Lag rein, gell? Echt? Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Soll ich Rockets reinschießen? Ja, mach mal bitte. Ich habe keine Chance sonst. Hab schon wieder. Die haben so eine kranke Base halt. Einer ist knocked. Sauber. Zeigt er sich nochmal? Noch einen. Ne, hab ihn down, hab ihn down. Links oben baut sich einer hoch. Ich habe Hits. Ganz viele Hits verteilt. Drei Stück leben nur noch, ne? Henker. Das sind die letzten drei, glaub. Einer ist rechts runter. Oh, der hat mir gegeben. Und Schutzschaden bin down. Der finisht mich, glaub ich. Der ist vor mir, direkt vor mir. Für Granaten zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Kann dir grad nicht helfen. Der ist unter dir, Henki, unter dir. Henki, unter dir. Ich weiß. Hab einen mit Sniper. Hab einen knocked. Einer noch. Weiß nicht, wo der ist. Bei Max ist der, glaub ich, oder? War der bei dir, Max? Hier waren eben zwei. Ja. Hat der einen, glaub ich, genockt. Der, der, ja. Den er holen wollt. Jo, der ist hier. Hinter, hinter der Säule. Hab ihn. Nice. So einfach geht. Wunderbar. Keine Fernleckrakete. Trotzdem erster Platz. Warnspielen erstmal. Ah, Henki nicht eingeholt. Ich hab dich eingeholt? Und ich hab gesagt, ich hab dich nicht eingeholt. Sauber. Ja. Oh mein Gott. Das war eine geile Zeit, ne? Hier liegt noch eine goldene Scar einfach. Was? Irgendwie hier im Steinbruch. Lol. Na, war übelwitzig, hab ich so angeguckt, da wo du am Ende mit der Sniper den Typ holst. Ja, so ein Edward. Salty Springs. Kann ich dir ein Angebot machen, Chef? Was? Ich geb die C4 und krieg die Scar. Warte, ja. Das ist ein gutes Angebot, ist verlob. Ich will's annehmen. Leute, seid ihr gerade alle bereit? Salty Springs, komm erstmal hierher. Nein, warte kurz. Es ist wichtig. Es ist... Ich muss kurz stehen bleiben. Wartet. Wartet kurz. Ähm... Lachsman hat 1000 Euro gespendet. Teilt durch 4. Beim nächsten Pro-Turnier kann mir gerne immer das Passwort leaken. What? Wie teilt durch 4? Ja, jeder kriegt von euch 52 Euro. What? Was? Ja, okay. Deswegen, ich muss das grad vorlesen. Was? Ich fass es nicht. Alter Lachsman, man. Vielen, vielen Dank. Holy shit, man. Alter Lachsman, danke. Vielen Dank. Hier ist ein Hammer. Ich hab sogar Spenden halt aus, weil es der offizielle Fortnite-Stream ist. Und dann kommt er hier über Chef Strobl an und drückt die 250 Euro an.